Wenn man nichts mehr hört, nichts mehr sieht, dann bleiben das Tasten und das Riechen. Ich konzentrierte meine ganze Wahrnehmung, um meinen Geruchssinn wiederzufinden. Den Duft. 2, 1, Polizei! Gezielte Schnittführung. Es fehlen die Schweißdrüsen in den Achseln im Schambereich. Eine Perle. Was hast du mit den Mädchen vor? Ich will etwas haben. Das größte, das letzte menschliche Wille. Niemand kann das. Jo, wo bist du? Ich muss dir was sagen. Werden Sie mich jetzt verhaften? Ich muss riechen lernen. Du musst zurück zu meiner Familie. Was ist die Bärde? Der Herzakkord. Das war's. Das funktioniert nicht. Aber du brauchst mein Parfum. Ja. Aber du brauchst mein Parfum. Ich muss mich jetzt.